Zwölf Programme, die es uns ermöglichen, wenn Sie mit einem Herrn S. telefonieren oder sich mit ihm besprechen, dass es eben nicht zu dieser Eskalation kommt. Was war nochmal das Wichtigste, was wir erkennen müssen, wenn wir kommunizieren? Bitte? Uns selbst, Unterschiede, auch in uns selbst, Unterschiede. Unterschiede erkennen und auf diese Unterschiede eingehen, Unterschiede. Menschen sind nicht gleich. Dazu dienen uns die Hunderassen, dass wir so grob, in 97% aller Fälle kommen wir damit schon ein ganzes Stück weiter. Und die, die gesagt haben, ich kann damit nichts anfangen, die vier, das sind die Leute, die sagen, und mir, für mich sind wichtig, die anderen drei Prozent. Und für die anderen 97% hätte ich gerne auch etwas Exakteres, dafür sind sie hier und das kriegen sie auch. Ich habe 1997 mein Buch geschrieben, 1998 war es bereits ein Erfolg. Und dann hatte ich ein denkwürdiges Gespräch mit dem Verlagsleiter, nennen wir ihn Herrn S. Herr S. rief mich an, sagte, Herr Schäfer, Sie müssen jetzt ein zweites Buch schreiben. Warum? Habe ich gefragt. Weil, sagt er, man das so macht. Wenn Sie mich kennen, können Sie sich vorstellen, da waren jetzt schon alle Negativknöpfchen gedrückt, die man in zwei Sätzen drücken kann. Muss, das mag der Schäfer nicht, weil man das so macht. Jedenfalls hat sich so ein Gespräch entwickelt, ich habe versucht, mit ihm zu argumentieren. Ich habe gesagt, ich habe gehört, dass es besser ist, ein Buch erstmal laufen zu lassen. Weil wenn man ein zweites schon zu schnell schreibt, kannibalisiert die Käuferschicht praktisch den Erfolg des ersten. Sie verkaufen zwar gleich viel Bücher, aber dann schon, weil das zweite Buch auch schon da ist, was sonst alleine auf das erste Buch abfallen würde. Er sagt dann, nee, Herr Schäfer, da haben Sie keine Ahnung, Sie sind nicht aus dem Verlagswesen. Irgendwas haben wir ja ganz gut gemacht in den letzten Monaten. Ach, Herr Schäfer, bei uns macht man das immer so. So, ich lieber Herr S., ich nicht. Sind Sie immer eine Extrawurst? Jetzt kam das erste Schreien durchs Telefon. Und das ging dann so eine Zeit hin und her. Ich bin aber um Himmels Willen alles andere als cool geblieben, weil es gibt auch bei mir Knöpfchen, da bin ich gar nicht stolz drauf, da kann ich herrlich durch die Decke gehen. Dann sieht man den Pitbull pur. Und dann hat er dann irgendwann noch gesagt, er ist stolz darauf, dass er jeden Autor gleich behandelt. Und ich habe darauf gesagt, Sie Kommunist. Das sind die Momente, an denen man weiß, das wird in dem Gespräch nichts mehr und wenn Sie Pech haben, auch für den Rest des Lebens nichts mehr. Das hat sich emotional aufgeschaukelt. Sehen Sie, da kannte ich die Hunderassen schon, aber noch nicht die Metaprogramme. Ich wusste, was das für ein Typ war, von Hund. Das hat mir aber da nicht geholfen. Es gibt einige Gespräche, kennen Sie das? Die müssen funktionieren. Da wollen Sie es mit aller Kraft und trotzdem klappt es manchmal nicht. Wer kennt das? Das ist etwas ganz Zentrales, dass wir solche Gespräche richtig machen können. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe ich diese Metaprogramme zusammengeschrieben. Und es war ganz einfach so. Ich habe im NLP, da war ich ziemlich gut zu Hause, zwei, drei Programme aus dem NLP genommen. Also genau zwei. Ich habe von Tony Robbins und von Michael Grinder nochmal zwei bis drei genommen. Zwei bis drei deshalb, weil sich eins mit NLP überschneidet. Von Covey, Stephen Covey und von meinem Coach habe ich jeweils einen und fünf selber. Habe ich gedacht. Von den fünf, von denen ich dachte, dass ich sie erfunden habe, gab es schon zwei. Wie das oft so ist. Ich habe sie aber damals nicht gekannt. Ich habe sie wirklich für mich erfunden. Zwölf Programme, die es uns ermöglichen, wenn Sie mit einem Herrn S telefonieren oder sich mit ihm besprechen, dass es eben nicht zu dieser Eskalation kommt. Es kann dazu kommen, dass man sagt, wir sind unterschiedlicher Meinung, man kann ruhig bleiben. Und dann, aber höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich schaffen Sie es, mit ihm richtig zu reden. Zumindest so, dass niemals eine Verärgerung entsteht, sondern dass man höchstens sagt, okay, das passt jetzt nicht, aber man kann das dann ruhig machen. Was ist ein Metaprogramm? Das ist die DNA unserer Persönlichkeit in einem bestimmten Kontext. Wie sich das mit dem Kontext verhält, werden wir besprechen. Sie haben das hinten, wenn Sie mal auf Ihr Arbeitsbuch schauen, haben Sie das hinten draufstehen. Die DNA unserer Persönlichkeit, wie, was wir und andere denken, warum wir sagen, was wir sagen und tun, was wir tun. Und die Techniken, das sind die angewandten Programme oder wie wir auf die Programme eingehen und das sind dann die zwölf entscheidenden Zugänge für alles, was wir und andere sagen, denken und tun. Das ist aber doch jetzt mal ein Anspruch, oder? Für alles. Da können Sie sich vorstellen, wie komplex das ist. Damals haben wir gesagt, da stehen zwei Menschen auf unterschiedlichen Inseln und die wollen jetzt miteinander sprechen. Wenn der mit dem sprechen möchte, hat er zuerst ein Bild im Kopf. Sie erinnern sich? Das Bild kann er nicht rüberschicken, das kann er nicht empfangen, der andere. Also digitalisiert er das Bild, dann hat er Worte. In diesem Prozess vom Bild zum Wort verlieren wir 20 Prozent mindestens. Viel mehr, viel mehr, mindestens. Versuchen Sie mal, Ihr Bild Coca-Cola in Worte auszudrücken. Wie schmeckt Coca-Cola? Wie schmeckt Ingwer? Merken Sie, dass da 20 Prozent eine ganz, ganz brutale Untertreibung sind. Wir verlieren viel mehr. Und dann schicken wir das von der Insel zu der und in dem Prozess haben wir gesagt, verlieren wir noch mal mindestens 40 Prozent. Wir haben gesagt, selektive Wahrnehmung, gehen wir gleich noch drauf ein, das war nämlich zu ungenau. Und hier kommt es dann wieder als Wort an und das wird übersetzt in einen Gedanken, äh, in ein Bild. Und da verlieren wir wieder 20 Prozent. Und dann haben wir also 80 Prozent verloren, mindestens. In Wahrheit ist es noch ganz anders. In Wahrheit ist es so, dass hier unten vier Türen mindestens passiert werden müssen. Und auf den Türen steht ziehen oder drücken. Herr Peng, würden Sie bitte mal feststellen, ob man diese Türe durch ziehen oder durch drücken öffnen kann? Erst mal raten. Drücken? Dann drücken Sie mal. Oh, kommt er nicht durch, war falsch. Wenn uns das in der Kommunikation passiert, dass wir denken, während unsere Information, die zum anderen kommen soll, durch die erste Tür soll, und wir denken, es ist drücken, es ist aber ziehen, dann kommt die Information da gar nicht durch, dann bleibt die stecken. Dann haben wir nicht 20 Prozent weniger, dann haben wir gar nichts. Dann ist das Gespräch an der Stelle möglicherweise zu Ende. Das ist aber krass, oder? Und das haben wir da noch mal. Ziehen oder drücken, ziehen oder drücken, ziehen oder drücken, ziehen oder drücken. Es sind zwar zwölf Programme, aber relevant sind meistens nur drei bis vier. Warum? Weil wir uns nur auf die Extreme konzentrieren müssen. Wenn jemand irgendwo in der Mitte ist, zwischen den Hundearten, zwischen den Metaprogrammen, zwischen den Polen der Programme, dann können Sie drücken oder ziehen. Dann gibt es aber noch, um es noch ein bisschen schwieriger zu machen, einige Türen, da können Sie drücken und ziehen und es passiert trotzdem nichts. Sie brauchen eine Schlüsselkarte. Was wir also brauchen ist, Zugang, um durch diese Türen zu kommen. Zugang, um durch diese Türen zu kommen. Da können wir nicht so viel dran machen. Da können wir gar nichts dran machen, das ist der andere. Aber das hier, da können wir aufräumen und da sollten wir aufräumen. Unsere Haushälterin war krank, länger. Wir brauchten eine neue und die kam dann und dann stand Maria vor der Tür. Wir haben Maria hereingebeten und Maria konnte uns nicht richtig verstehen. Wir haben uns so länger hin und her gefragt, das dauert, wenn einer kaum was reden kann auf der deutschen Sprache, dann kriegst du das nicht so schnell raus. Aber wir haben dann rausbekommen, die lebte jetzt 27 Jahre in Köln und hat aber kein Deutsch gelernt. Wer kennt einen Menschen von ihnen 27 Jahre oder länger und hat einen Moment schon erlebt, in dem sie sagten, den kenne ich gar nicht. Sehen Sie, über Maria können wir leicht lächeln. Hätte sie doch die Sprache lernen sollen, Mensch. Hätten wir vielleicht auch die Sprache des Anderen lernen sollen. Seine Metaprogramme. Sprache setzt sich zusammen aus Metaprogrammen. Sollten wir nicht die Sprache des Anderen lernen, weil wir ihn respektieren, weil es so richtig ist.